Ein Handwerker geht rein zum Baumarkt und sagt, weißt du was, ich bin so fleißig beim Orden und Holzhauber, dann tue ich auch, Holzhauber, ich brauche eine kleine Sog, eine Sog, da hätten wir ganz was Besonderes, eine Motorsäge, eine Motorsäge, eine Motorsäge, sopa, sopa, wo gibt es das, wo gibt es das, bei uns, bei uns sind es richtig, der zeigt ihm den Motorsäge, und wie ist das mit der Umschneiden, was schneidet er um, sagt er, die Motorsäge macht locker 40, 50 Barm am Tag, bester Moped, 40, 50 Barm am Tag, Das ist super, den nehm ich, zahlt, geht heim, drei Tage später, der Motor sagt, den kannst du kalten, ich hab maximal ein Barm umgeschnitten, in fünf Stunden, da geht überhaupt nix, das gibt's ja nicht, wenn ich ihnen sag, das ist ein Klumpet, der nimmt das Kabel, startet und der Steirer, was ist das für Geräusch, was ist das für Geräusch, was ist das für Geräusch?